So, hallihallo, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Da sind wir am Sonntagabend und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe mit mir Herrn Dr. Marc Bennecke bei mir. Lieber Marc, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Tag zusammen. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns heute über das Thema Biodiversität im Garten zu sprechen. Das ist ein besonderes Anliegen auch von unserer Community, dass wir den Menschen vermitteln, eben auf dieses Thema Biodiversität zu achten. Heute ist ja der Weltartenschutz-Tag. Insofern, besser hätten wir es nicht planen können quasi, über das Thema zu sprechen. Aber zunächst mal, sollte es irgendwelche Menschen da draußen geben, Marc, die dich nicht kennen, was ich nicht glaube, aber wir müssen ja trotzdem davon ausgehen, es könnte sein, es hat sich einer verirrt. Sag doch bitte mal zwei, drei Minuten, wer du bist und warum bist du ein Experte zum Beispiel zum Thema Biodiversität. Ich arbeite beruflich als Kriminalbiologe und da haben wir sehr oft mit verfaulten Leichen und sowas zu tun. Und die stehen natürlich im Kreislauf des Lebens drin. Also wir alle sterben ja irgendwann und unsere Körper bestehen ja nur aus wiederverwendetem Material und dann werden sie hoffentlich auch bald wiederverwendet, indem die Körper kompostieren, die menschlichen. Das ist auch erlaubt in England und in Deutschland. Man darf also wirklich keinen witzmenschlichen Körper zum Glück auch wirklich kompostieren. Und dieser Kreislauf des Lebens, den sehen wir natürlich besonders nah, weil wir das unter das Mikroskop legen. Also wir sehen jetzt nicht nur Regenwürmer und Käfer und so, sondern wir sehen auch kleineres Material und die Steinchen und die Fasern, in denen die ganzen Lebewesen leben. Aber dann halt auch durch Zufall, also wenn du jetzt irgendwo draußen bist, kommt auf einmal ein Vogel und pickt dann irgendwas auf, was weiß ich, ein biologisches Material. Manche mögen Würmer, manche mögen Körner. Das kommt natürlich immer darauf an. Und so kriegst du im Laufe der Jahre, also mein erstes Praktikum in der Rechtsmedizin habe ich vor 31 Jahren gemacht. So kriegst du dann im Laufe der Zeit, kriegst du dann halt so ein Gespür dafür, wie das alles zusammenhängt. So Pilze und Wasser und Pflanzen und Vögel und Fliegen und so. Und so bin ich da im Laufe der Jahre eigentlich durch Zufall, ich bin halt Biologe vom Beruf, okay, aber einer geworden, der auch mit den lebenden Tieren und Pflanzen so ein bisschen was zu tun hat. Das ist heutzutage ungewöhnlich. Also da gibt es nicht mehr so super viele Biologen und Biologinnen wie vor 150 Jahren, die sich mit den lebenden Tieren auch mal ein bisschen auseinandersetzen. Du hast, das möchte ich bitte noch erwähnen, das ist ein ganz tolles, besonderes Thema noch bei dir, was immer wieder gerne auftaucht. Du hast unter anderem auch für das FBI gearbeitet. Ja, das stimmt. Also dadurch, dass ich früher in den USA gearbeitet habe, in New York, gibt es auf der ganzen Welt mal verrückte Zusammenarbeiten. Also ich war mal Trainer für das FBI, das stimmt ja, auf der Body Farm, wo man menschliche Leichen rauslegen darf, da sieht man auch sehr viel Kreislauf des Lebens. Da gibt es auch sehr viele Pflanzen und Bäume und Tiere und halt auch Leichen. Aber also das ist jetzt, das hört sich für die Community-Mitglieder hier vielleicht ein bisschen schräg oder interessant oder crazy an, aber das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich war auch mal in Moskau und habe dann mit dem Auslandsgeheimdienst da gearbeitet oder ich arbeite mit irgendwelchen Kollegen in sehr armen Ländern häufig zusammen, in den Philippinen oder Vietnam oder Kolumbien oder so. Also das FBI ist jetzt nur eine Blume in dem Blumenstrauß, in dem ich mich da kriminalistisch aufhalte. Oh ja, das kann ich nur bestätigen. Also alle diejenigen von euch, die noch beim Markt nicht genau geschnüffelt haben im Lebenslauf, einfach mal auf der Website gucken. Das ist wirklich der Wahnsinn, was der Herr so alles macht. In diesem Sinne, Marc, schön, dass du, wie gesagt, die Zeit genommen hast, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Ihr dürft natürlich eure Fragen hier in die Kommentare stellen. Die stelle ich dem Marc dann auch weiter, also gerne in die Kommentare. Uns grüßt die Jana schon aus Sachsen und die Heike aus der Börde. Also einige sind schon da. Wie gesagt, gern die Fragen bitte in die Kommentare, wenn ihr wollt. Marc, ich habe es gerade gesagt, heute ist der Weltartenschutz-Tag. Steigen wir bitte einmal bei dem Thema Artenschutz ein. Warum ist das Thema Artenschutz so wichtig? Warum ist es so weit oben auf der Agenda? Zum Glück bei immer mehr Menschen, aber vielleicht noch nicht bei genug. Wie siehst du das? Das Thema ist deswegen so wichtig, weil wir im größten Artensterben leben, seit es das, was wir so als kulturelles Leben auf der Erde überhaupt wahrnehmen, was wir noch überblicken können, ohne jetzt in irgendwelche Jahrhunderte, Millionen alte Gesteinsschichten zu gucken. Da sind wir im größten Artensterben. Das ist das sechste Riesenartensterben, seit es Leben auf der Erde überhaupt gibt. Also das ist unvorstellbar, dieser Satz. Also manche wissen das ja, da sind ja mal die Dinosaurier und so, die hat es ja mal getroffen, sind dann ausgestorben. Das war eins von diesen großen Artensterben. Wir sind jetzt im sechsten davon. Und die einzigen Rückzugsorte, die es überhaupt noch gibt jetzt, sind tatsächlich, weil es eigentlich keine richtigen Naturschutzgebiete mehr gibt in Zentraleuropa und so. Jetzt in Rumänien wird auch gerade alles platt gemacht. Die letzten Wälder, die da waren, Polen, da gibt es noch ganz wenige sozusagen Urwälder oder so. In Deutschland gibt es eigentlich, wenn überhaupt, nur noch den Bayerischen Wald oder so. Also das, es gibt einfach gar nichts mehr. Und deswegen ist es halt so, dass jetzt die letzte Möglichkeit, um überhaupt den Arten, die wirklich so schnell aussterben, dass ich das jetzt gar nicht mehr schildern kann. Also das, es gibt nur noch so Listen, welche Tiere sind 2023 ausgestorben, 2022 und so. Du wirst verrückt, wenn du das siehst. Also auch große Tiere, Vögel, alles Mögliche, Singvögel, aber auch Ameisen zum Beispiel. Die hat es in den letzten fünf Jahren super hart getroffen. Unglaublich. Ameisen, da hätte man gedacht, die überleben den Atomkrieg. Aber leider haben sie den Menschen nicht überlebt, ohne Atomkrieg. Und da wissen wir eben, dass diese ganzen Flächen, die in Gärten oder irgendwie privat, im Privatbesitz befindlichen Naturflächen sind, dass die die letzten Rückzugsorte darstellen werden. Weil landwirtschaftlich ist die Bombe hochgegangen komplett. Leider konnte man sich nicht darauf einigen, die super krassen Ackergifte zu verbieten. Das war, da waren wir alle total überrascht im wissenschaftlichen Bereich, weil wir wussten, dass wenn das passiert, dann das ist der Todesstoß. Das wirklich, weil die bleiben auch im Boden, die kriegst du auch nicht mehr raus. Die sind super, super zerstörend in biologischer Hinsicht. Und jetzt kann man eben nur noch auf die privaten Flächen gehen. Wiesen, Wälder, Gärten. Und deswegen ist das so in eurem Zusammenhang, in eurer Community auch so wichtig. Also auf der einen Seite haben wir gemessen den katastrophalen Artenrückgang. Am bekanntesten ist noch das mit den Insekten, dass drei Viertel der Insekten in Deutschland verschwunden sind in den letzten 28 Jahren. Aber das andere wissen vielleicht viele gar nicht. Also was eben zum Beispiel Singvögel, Regenwürmer und Asseln, alles andere, Käfer und so, Lebellen, alles mögliche angeht. Und da ist der Bogen zu eurer Garten-Community, weil ihr seid die Letzten, die jetzt noch was machen können. Da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Ich möchte nochmal einmal auf dieses Thema Landwirtschaft auch zurückkommen, was du ansprachst. Und die entsprechenden Gifte, die dort genutzt werden dürfen. Ich habe gelernt, dass Biodiversität vor allem im Boden stattfindet. Also im Boden gibt es viel mehr Biodiversität als quasi in der Luft. Das heißt, wir Menschen nehmen das oftmals gar nicht wahr. Deswegen ist es ja auch so, dass man zum Beispiel im Gartenbereich sagt, umgraben macht man heute eigentlich gar nicht mehr. Also das ist völlig oldschool, macht kein Mensch mehr. Das bedeutet also wirklich, durch die Landwirtschaft oder durch die Gifte, die dort eingesetzt werden mag, werden die Böden dann quasi, muss ich mir vorstellen, wie sterilisiert? Also gibt es da kaum noch Leben drin oder wie ist das? Ja genau, das kann man tatsächlich so sagen. Sterilisiert würde ich es vielleicht noch nicht nennen, weil es natürlich sehr schnelle Anpassungen bei Bakterien und irgendwelchen anderen Einzellern gibt. Die können sich auch auf sehr, sehr schlimme Bedingungen natürlich dadurch, dass dann Einzelne davon eine Veränderung im Erbgut haben. Und dann können die sich ganz schnell vermehren. Also irgendwas lebt da schon dann. Nur jetzt nicht mehr unbedingt das, was für menschliche Kulturen wichtig ist. Wir leben ja alle nur von so einer, also alle Menschen auf der Erde leben ja nur von so einer Schicht Ackererde. Ohne die sind wir alle tot. Weil Geld kannst du halt schon essen, aber es bringt nichts. Und deswegen stimmt das tatsächlich. Also aus unserer menschlichen Sicht ist das dann wie sterilisiert, weil beispielsweise, was wir im Moment sehen oder schon länger sehen, ehrlich gesagt, schon seit zehn Jahren oder so, ist die Regenwürmer werden immer kleiner, immer weniger. Dann natürlich die Tiere, die sich davon ernähren, wie schon gesagt, Singvögel und alles Mögliche. Aber insgesamt ist der Punkt, dass die biologischen Netze zusammenbrechen. Also egal, was da jetzt lebt oder nicht lebt, durch diese Ackergifte werden die Netze zerstört. Das kann man sich so vorstellen, weiß ich nicht, im Schulbuch, da war bestimmt mal eine Abbildung drin, keine Ahnung, weiß ich nicht, eine Maus frisst Pilze oder so. Ja, egal, ob das stimmt oder nicht. Und dann die Maus wiederum wird von der Eule gefressen. Und die Eule, die stirbt dann irgendwann. Und aus der Eule kommen dann wieder Blümchen raus oder so. So im Schulbuch hast du so einen kleinen Kreislauf, aber so ist das nicht. Das sind nicht einfach so Kreisläufe, sondern das sind ultrakomplizierte Netze in Raum und Zeit. Also wenn du so willst, vier bis fünf dimensional, wenn man so möchte, ja. Und da sind wirklich Abermillionen von Lebewesengruppen und deren Ausscheidungsprodukte miteinander verwoben. Bekannt geworden ist das in den letzten Jahren im Wald, dass also angeblich die Bäume so miteinander reden. Damit ist vor allen Dingen gemeint, dass die irgendwelche Stoffe in der Luft abgeben. Aber du hast ja nach dem Boden gefragt. Und im Boden ist das auch so. Da findet halt so ein Stoffaustausch statt. Und den zerstörst du komplett, weil die Lebewesengruppen, die die einzelnen Abbaustoffe oder irgendwas anderes, was ein Baum oder eine Pflanze aus dem Boden herauslöst, die können dann nicht mehr aufgenommen werden. Also das kann man sich so vorstellen. Sagen wir mal, du würdest jetzt ein riesiges Netz haben. Irgendwie einfach ein zweidimensionales Netz, was so runterhängt. Und dann würdest du das jetzt zusammen knüllen. Und dann hättest du ganz viele kleine Knotenpunkte in diesem Netz. Und was diese Ackergifte machen ist, die schneiden direkt oder indirekt, bildlich gesprochen, ganz viele Knoten raus. Und solange das noch zusammengekrumpelt ist, das Netz, siehst du das nicht. Aber wenn du das jetzt wieder aufziehst, dieses zusammengekrumpelte Netz, dann siehst du auf einmal Scheiße. Da sind lauter riesige Löcher drin. Und genau so ist das. Das ist das Problem bei den Ackergiften. Und wie ich schon gerade sagte, die zweite Schwierigkeit ist, die Natur kommt normalerweise damit klar, wenn mal was kaputt geht. Es gibt immer mal einen Vulkanausbruch, eine Überschwemmung. Das ist kein Problem, so ist das in der Natur. Aber die Ackergifte bleiben, was unsere Lebenszeit angeht. Also deine, meine und die von allen Zuhörern, Zuhörern, Schauerinnen und Schauern jetzt. Bleibt das zu lange im Boden, 20 Jahre, 30 Jahre. Deswegen haben wir auch dieses Problem in den Naturschutzgebieten. Und in dem, was wir in Deutschland überhaupt noch als Naturschutzgebiete ansehen, stirbt halt auch alles. Und als das entdeckt wurde vor ungefähr, sagen wir mal so vor ungefähr zehn Jahren, ganz grob oder fünf Jahren, haben alle gesagt, was ist denn da los? Wie kann das, was ist denn im Naturschutzgebiet? Und in den ersten Veröffentlichungen stand auch noch so ein großes Fragezeichen drin. Da hat man gesagt, okay, Trockenheit ist es nicht, Feuchtigkeit ist es nicht. Was zur Hölle ist das? Und jetzt wissen wir halt, dass das hauptsächlich nicht nur die Landnutzung als solche ist. Die findet ja im Naturschutzgebiet nicht statt. Sondern eben diese im Boden verbleibenden Ackergifte. Nur für die, die das jetzt nicht wissen, von denen, die zuhören oder zugucken. Die heutigen Ackergifte, die sind mindestens 5000 Mal krasser als das früher, die Älteren kennen das noch, als das DDT. So hieß das. Und da hat man dann wirklich gesagt in Deutschland, okay, also das wird jetzt einfach nicht mehr verwendet. Ja, okay, aber dafür nehmen wir jetzt Sachen, die tausende Male krasser sind. Ja, also das ist wirklich mega krass. Danke da nochmal auch für die Klarstellung. Marc, kommen wir zu dem Thema Biodiversität. Denn es tauchte gerade schon eine Frage auf, natürlich, du hast es auch gerade schon angedeutet. Warum sind die Privatgärten für das Thema Biodiversität so wichtig? Aber vielleicht sagst du trotzdem auch nochmal für alle Beteiligten, warum ist Biodiversität für uns Menschen so wichtig? Also was passiert, wenn das nicht mehr funktioniert mit der Biodiversität? Ja, stimmt, da hast du recht. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir leben alle auf dieser, alle Menschen auf der Welt, leben halt von so einer Schicht Ackererde so, in der eben Pflanzen angebaut werden können, die wir dann essen. Oder von mir aus für die Leute, die Tiere essen, dann auch fressen die Tiere halt die Pflanzen. Und dann isst man die Tiere. Und dieses Nahrungsnetz, was ich vorhin beschrieben habe, das, wenn wir es jetzt mal ganz blöd, also niemand muss Tiere mögen, ja, nehmen wir mal an, jemand hasst Tiere, alle Tiere, ja, die stechen und belästigen mich und summen, ich mag keine Tiere. Okay, gut, Pflanzen mag ich auch keine. Pflanzen finde ich auch scheiße. Aber selbst der größte selbstbezogene Mensch wird dann einsehen müssen, dass da nichts mehr zu essen geht. Und aus biologischer Sicht ist es natürlich so, dass es nicht nur um die Nahrungspflanzen und die Nahrungstiere geht, sondern halt darum, dass wir auch in einer gesunden Umwelt leben, die uns auch wohltut. Also es ist mittlerweile sehr, sehr gut untersucht, oder das wissen ja auch alle, die jetzt bei dir im Wir sind Garten Forum sind, dass das angenehm ist. Also Menschen sind gerne in der Natur. Und das ist nicht eine Einbildung von so Wollsocken, wahlrettenden Biologen und Biologinnen, sondern das ist wissenschaftlich untersucht, dass schon 15 Minuten in der Natur sind wohltuender als ganz viele andere Maßnahmen, die du zu deiner körperlichen und seelischen, wenn du so willst, geistigen Gesundheit tun kannst. Also es reicht vom Essen, was dann einfach ausfällt, wenn die biologischen Netze zusammenbrechen, bis zu dem Wohlbefinden, was wir sozusagen als Menschen gerne haben. Egal, ob wir reich, arm, dick, dünn, groß, klein, in einem reichen Land, in einem armen Land sind, spielt keine Rolle. Alle Menschen mögen das. Und Tiere natürlich auch. Also da geht wirklich alles kaputt, wenn die Biodiversität kaputt geht. Wirklich absolut alles, was unser, wenn wir jetzt über Menschen reden, was unser Menschsein ausmacht. Und wenn man es ganz praktisch am Beispiel, wir beschäftigen uns in der Community ja immer wieder auch mit dem Thema Wildbienen, wenn man es ganz praktisch an dem Thema Wildbienen zum Beispiel macht oder auch an anderen Bestäubungsinsekten, dann ist eben auch das Problem, dass tatsächlich plötzlich nichts mehr zum Bestäuben da ist. Also in China bestäuben angeblich schon Menschen die Pflanzen, oder? Ja, ja, das stimmt auch mit so Pinseln. Ja, genau. Ja, ja, richtig. Die Bestäuber, das ist biologisch gesehen ein Nebenproblem. Aber ich kann da ruhig mal darauf eingehen, weil das etwas ist, was so vielleicht jedem einleuchtet. Also das leuchtet, glaube ich, allen ein. Also wer ein bisschen im Garten sich auffällt, der einfach so hochgewachsen ist, also so jetzt nicht ein gesteuerter Garten, wo man sehr viel eingreift, sondern so einfach die Natur da so lässt, kann ja auch irgendeine Ecke vom Garten sein. Da hat ja jeder schon mal gesehen, was ist das jetzt für ein komischer Grashüpfer? Oder was ist das für ein Käfer? Den habe ich noch nie gesehen. Oder auch bei den Wildbienen. Hä? Sagen wir mal, da ist so eine sandige Ecke entstanden. Hä? Warum buddeln die dann dauernd im Sand? Ich wusste gar nicht, dass die im Sand leben, ne? So. Und diese Tiere sind alles natürlich auch, fast alle auch Bestäuber, direkt oder indirekt. Weil die irgendwo lang kraxeln und dann tragen die den Pollen hin und her. Und da sind wir wieder bei den biologischen Netzen. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Und zwar, die Hauptbestäubung findet nicht durch Honigbienen statt. Das ist irgendein Märchen. Das ist auch niedlich, was man so Kindern in der Schule erzählen kann. Aber in Wirklichkeit findet die Bestäubung statt durch die Wildbienen. Das wissen wahrscheinlich deine Community-MitgliederInnen sowieso. Aber, was viele vielleicht gar nicht wissen, ein weiteres Drittel der Bestäubung findet durch Fliegen statt. Und ein weiteres Drittel durch Wespen und Käfer. Oder lassen wir das mit den Dritteln weg. Also nehmen wir mal alles zusammen. Also es sind alle Bienen, besonders Wildbienen. Käfer, Fliegen, Wespen. Alle möglichen Sorten von Wespen. Da gibt es natürlich auch welche, die jetzt nicht hauptsächlich bestäuben. Aber da kann sich jetzt, glaube ich, jeder vorstellen, das kannst du gar nicht mehr steuern. Wie willst du in einer Welt, die vorwiegend aus Gliedertieren, also Insekten und Asseln und Spinnen und sowas besteht, wie willst du da steuernd eingreifen? Das ist unmöglich. Ich hatte schon gesagt, das sind Zehntausende und Hunderttausende von Knotenpunkten, Millionen von Knotenpunkten. Und da spielt die Bestäubung eben auch eine Rolle. Und im Grunde genommen, wenn du es jetzt runterbrichst auf die Ackererde, dann würdest du natürlich sagen, solange du einfach Teile von Acker hast, wo Menschen sich von ernähren, und dann hast du aber genügend große Teile, wo die Tiere ihr Ding machen können, dann diejenigen Tiere, die zum Beispiel bei Birnen, Äpfeln und so weiter, die können dann hin und her fliegen. Das ist auch gut untersucht im Rheinland zum Beispiel. Und dann können die ihr Ding machen, aber es gibt Überkreuzungspunkte. Aber im Grunde genommen ist es so, was die Bestäubung angeht, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo die Bestäuberer eigentlich schon in ihren biologischen Netzen schon am Ende angekommen sind. Also in Deutschland hatte ich ja schon erwähnt, drei Viertel der Tiere sind gemessen. Das ist keine Hochrechnung. Sind gemessen, also mit einer Waage, mit Kameras, fotografisch, also direkt gemessen, sind einfach weg. Und deswegen sind die Bestäubernetze auch hochgradig bedroht, auch in Deutschland. Und du hast schon recht, in anderen Ländern ist es halt so, dass man da schon irgendwelche künstlichen Maßnahmen ergreifen muss, um das überhaupt noch irgendwie hinzukriegen. Oder versucht, die Pflanzen so zu züchten, dass die sich irgendwie selbst bestäuben können oder so. Aber jeder von euch, der weiß, wie es im Garten aussieht, der weiß, sobald du versuchst einzugreifen und zu steuern, geht es eher kaputt, als das, was alles irgendwas anderes passiert. Was dann übrigens auch ein hervorragendes Gärtner-Motto ist, Marc, nämlich laufen lassen. Also der Natur einfach ein Stück weit das wirklich überlassen. Die kann das schon, die weiß schon, wie das geht. Jetzt gibt es in der letzten Zeit immer mehr Studien, die sagen, also, und du hast es gerade auch schon erwähnt, Privatgärten sind tatsächlich wichtig für die Biodiversität und haben Einfluss auf die Biodiversität. Das ist ja etwas, was man lange Zeit gar nicht so geglaubt hat. Man dachte, naja, das ist irgendwie ganz nett, die Leute sitzen da auf ihrem Stühlchen und vorm Grill oder so. Und jetzt stellt man plötzlich fest, nee, nee, also da passiert eine ganze Menge über die Gärten. Du hast es vorhin schon erwähnt. Was können Gärten leisten? Was können Balkone und Terrassen auch was leisten? Ja, also ganz klar, das ist auch wirklich Stand der Studien. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Meinungsäußerung von mir. Wer das nicht weiß, ich stelle so alle zwei Monate, immer die neuesten Studien dazu zusammen. Die sind im Internet gratis, werbefrei unter Time is up, heißt die Vortragsserie. Also die Zeit ist vorbei, die Zeit ist abgelaufen, Time is up. Da kann man die Google-Serie... Da hat nämlich gerade schon einer deiner Fans, wenn ich das so fragen darf, nachgefragt, wann da wieder aktualisiert wird. Übermorgen. Übermorgen. Übermorgen kommt an einer Finanz- und Management-Schule in Bonn, mache ich das mit ganz vielen Zahlen. Das ist dann eher so für die Zahlenleute. Und dann habe ich im Laufe, dann am 6. April gibt es noch ein Update und dann am 28. Mai, also jetzt im Moment wird es viele Updates geben. Die sind dann immer in meinem YouTube-Kanal. Also das findet man, das ist überhaupt kein Problem. Also zu deiner Frage. Fangen wir mal an mit Gärten. Also Gärten leuchtet wahrscheinlich noch am ehesten ein. Da gibt es ja dann auch zum Beispiel die Bio-Veganen-Sachen oder die Permakultur-Sachen. Das haben sicher schon viele von euch gehört. Da muss ich euch nicht so viel erzählen. Das ist halt klar, wenn du im Garten keine Ackergifte benutzt, sondern sagst, okay, ich lasse der Natur zwar ihren Lauf, aber ich möchte auch irgendwo meine Radieschen und von mir aus auch Tomaten und Kiwis, was sich das anbaut. Bohnen. Das ist klar, da sind zum Beispiel Vögel in den Büschen, Vögel in den Bäumen. Dann kann man natürlich Ohrenkneifer, die kennt jeder von euch, kann man eine Massenhaft haben. Dann die Wildbienen, entweder im Sand oder in diesen Bienenhotels, nicht in den Schrothotels aus dem Baumarkt, sondern in hartem Holz, was dann auch immer wieder besiedelt werden kann und was sich auch im Laufe der Jahre verändert. Da sind dann auch andere Tiere manchmal drin. Und da, glaube ich, leuchtet jedem sofort ein, ach, dann hat man vielleicht noch einen Teich oder irgendeine Ecke, wo mehr so ein bisschen Steine liegen und eine andere Ecke, wo mehr alles wild wachsen kann. Und hier ist eine Ecke, wo ich einmal im Jahr vielleicht mähe, aber sonst nicht, was das Beste wäre. Und da kann sich jeder vorstellen, das sind jetzt Rückzugsorte, weil außenrum alles stirbt. Das sieht man zum Beispiel auch in tragischer Weise in Großstädten wie Berlin. Da ist ringsrum jetzt alles, wie du das vorhin genannt hast, sterilisiert sozusagen in Brandenburg. Und dann drückt das in die Städte rein, das ist der letzte Rückzugsort und dann stirbt alles. Stare, Tauben, alle möglichen anderen Tiere, die retten sich noch und dann irgendwann sind die tot. Und da sind die Gärten jetzt was anderes. Wenn ihr jetzt den Garten in Ruhe lasst und dann zum Beispiel, oder was ihr auch alle kennt, diese Haufen für Igel, diese Laubhaufen für die Igel und sowas, wenn man das hat, dann können die Tiere da überleben. Das ist zwar nicht toll, weil das erleben wir oft besonders in Brandenburg und in ein paar anderen Regionen von Deutschland, dann schmeißen die Nachbarn Glyphosat, also wirklich jetzt, ohne Quatsch, über den Zaun. Aber gut, ihr könnt nur das tun, was ihr tun könnt. Das heißt, da, glaube ich, leuchtet jedem von euch ein, je mehr ihr das in Ruhe lasst mit Laubhaufen und Ästen, die aufeinander geschichtet sind, wo dann vielleicht irgendwelche Käfer drin sind oder alle möglichen anderen Tiere und so, dann läuft das von selbst, wie du vorhin schon sagtest. Balkons und Terrassen werden neuerdings entdeckt. Das ist relativ neu in der Forschung. Also euch ist das wahrscheinlich sowieso bewusst. Aber in der Forschung ist es so, weil beispielsweise Südbalkone in Großstädten brutzeln dir natürlich weg. Da kannst du ernsthaft gar keine Pflanzen mehr in den kleinen Blumenkästen haben. Aber zum Beispiel sandige Umgebungen für die Sandbienen. Bam. Oder du kannst die Bienenkästen aufhängen. Aber warum die Balkone und die Terrassen so wichtig sind, Entschuldigung, ist jetzt das Neueste, ist um nicht nur das Stadtklima, sondern auch für Vögel und Insekten und alle anderen Lebewesen einfach einen kühleren Ort zu schaffen, auch für Menschen. Das heißt, wenn du alles, was gut wächst, Wein kann man ja problemlos hochwachsen lassen, dann diese Blauregen, auch kein Problem. Selbst die angeblich so schlimmen chinesischen Bäume, die überall wachsen, dann natürlich Efeu. Das ist das Allerallerbeste. Da brauchst du überhaupt nichts machen. Und dann kriegst du einen kühleren Ort, der bis zu 10 Grad Celsius kühler ist in diesen fürchterlichen Sommern, die wir jetzt seit 2003 haben. Gleichzeitig hast du Verdunstung. Es ist also auch feuchter. Dann hast du auch, ja, wie soll man sagen, der ganze Staub aus der Luft wird so ein bisschen gebunden. Und du hast natürlich wieder eine lebenswertere Umgebung, weil da, wo es grüner ist, da sind mehr Tiere, die Insekten. Also gerade im Efeu, das ist ja irre, was im Efeu los ist mit Insekten. Aber auch im Blauregen, der ist dann für viele Bienen ganz gut. Das kann sich jeder selbst überlegen. Und wenn dann viele mitmachen, viele Nachbarn und dann zum Beispiel so grüne Hochhäuser entstehen, ohne dass die von außen noch bepflanzt sind, das wird ja manchmal von den Vermietern und Vermieterinnen verboten. Aber auf dem Balkon selber kannst du es einfach überall hochwachsen lassen. Wenn du zum Beispiel viele Vermieter, Vermieterinnen erlauben, auch nicht, dass es an der Wand dran klebt, weil dann angeblich der Putz kaputt geht, dann spannst du halt so ein Netz. Das kostet fast überhaupt nichts. Dann können die Pflanzen da hochranken. Und das funktioniert super. Und im Moment geht die Forschung dahin, weil eben alle sehen, dass staatlicherseits, gesetzlicherseits das Gegenteil von dem passiert, was passieren müsste. Deswegen sagt man also, gut, okay, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger das halt selber machen. Und deswegen werden jetzt gerade anders als vor ungefähr 15 Jahren, da dachte man, dass durch Architekten und Architektinnen so grüne Häuser gebaut werden. Das ist aber nicht passiert. Ich habe eins gesehen in Frankfurt am Main und eins in London. Das war es. Und dann gibt es in Spanien noch eins. Also es ist nicht passiert. Deswegen können die Menschen das jetzt auf dem Balkon und auf der Terrasse und im Garten problemlos machen. Ganz, ganz wichtig. Im Garten auch alte Steinmauern ruhig auch hochwachsen lassen. Also immer Efeu hochwachsen lassen. Das ist das absolute Zaubermittel. Efeu. Einfach wachsen lassen. Fertig. Ja, also so kommt das, dass da jetzt die letzte Hoffnung liegt jetzt bei den Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Balkons, auch Kleingärten und Terrassen eben hochwachsen lassen. Ja, also auch das vielleicht nochmal ganz deutlich gesagt, weil auch da gibt es oft Missverständnisse. Efeu tötet auch keine Bäume. Also das darf man auch an Bäumen hochwachsen lassen. Das ist auch immer wieder ein Thema, das wir wiedererkehrend haben. Efeu im Herbst bitte nicht schneiden, weil dann die Blüten kommen, die zum Schluss nochmal Nahrung bieten und später die Beeren. Also Efeu ein fantastisches Zeug, wenn man das so sagen darf. Und genauso wie du sagst, die machen die Fassaden nicht kaputt, es sei denn, die Fassaden sind schon kaputt. Dann sieht es schlecht aus. Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich beim Blauregen auch so. Oder bei diesem chinesischen Baum. Klar, der kann sich natürlich irgendwo drum wickeln, auch um Metall, um alles Mögliche. Aber ich meine, wir sind ja keine kleinen Babys. Das heißt, wenn wir da irgendwie Metallstäbe hinmachen oder Metallgitter hinmachen und dann sagen, oder nehmen wir den Wein, der soll halt da lang wachsen. Okay, wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen halt unerwünscht ist, weil angeblich, wie du sagst, der Puls kaputt geht, dann geschenkt, dann schneit es halt da ab. Aber lass die ganze restliche Fläche, wir reden ja von gigantischen Quadratmeter Flächen, die jetzt hochkant sind. Also nicht nur von dem Boden und den Blumenpötten oder dem echten Garten. Also da kannst du ja wirklich machen, was du willst. Das heißt, selbst wenn jetzt einer dir das nicht glauben will und sagt, nee, doch, das sehe ich aber mit den Scheinfüßchen, das macht alles kaputt oder das wirkt irgendwie um das Metall rum. Okay, gut, brauchen wir uns gar nicht drüber zanken. Dann spann halt das Metallnetz und lass es da wachsen. Habe ich zum Beispiel in Berlin schon gesehen. Riesige, riesige, riesige Metallnetze. Einfach hochgespannt, wo eine Hecke ist und dann hinter der Hecke oder vor der Hecke. Das nimmt auch keinem was weg. Den Vögeln, den Bienen, ist das alles total egal. Und dann hast du zusätzlich noch eine zusätzliche Hochwachsfläche für Efeu und wie du schon sagtest, die Bienen und die Tausende von anderen Insekten lieben das. Ich habe mal eine seitliche Aufnahme gemacht, nur ein paar Sekunden so gegen das Licht, damit man sieht, wie viele auch von den Fuzi-Kleinen-Tieren wirklich im Efeu rumfliegen. Und du kannst das gar nicht mehr erzählen. Wir mussten das hinterher auf Hochgeschwindigkeits- Kameraeinstellungen setzen, damit man das überhaupt noch sehen konnte, weil das so viele Tiere waren, die da drin sind. Und also wer da Anregungen braucht, der findet die sofort im Netz. Und alle anderen, was du jetzt schon angedeutet hast, wie kaputt kann denn bitte ein Efeu in der Mauer machen? Das ist überhaupt nicht möglich. Das ist doch Quatsch. So ist es tatsächlich. Ja, ich sage mal, eine Frage, die gerade aufgetaucht ist, Marc, hier in den Kommentaren, ist die Frage, wie stehst du denn eigentlich zum Thema Neophyten verbieten? Sollte man nur noch regionale, heimische Pflanzen im Garten haben oder darf man ab und zu auch noch mal was nicht Heimisches im Garten haben? Wie stehst du dazu? Also wenn es jetzt um den eigenen Garten so geht, je nachdem, wie groß der ist, würde ich als Biologe Neophyten jetzt auf sehr verschiedene Weise auslegen. Also das eine sind diese so einfach klassische Gartenmarkt- oder Baumarktpflanzen, die halt hübsch aussehen und nach einem Jahr dann oft auch kaputt sind oder so. Was sieht man öfter mal in so klassischen Blumenpötten an so Holzhäusern, zum Beispiel in Bayern oder so. Das sind diese Pflanzen, die dann so gerne violett oder rot sind und die dann durch so einen harmlosen Virus so weiße Punkte drin kriegen und die sehen halt einfach schön aus. Und dann hängen sich die Leute das halt gerne in die Blumenpötte an ihrem Haus, was außen mit Holz verklinkert ist und so. Also das ist alles, also besser wäre es natürlich, das Wild wachsen zu lassen. Aber ich meine, was willst du machen? Das ist wie Gardinen oder so. Ich meine, man schreibt doch keinem vor, welche Gardinen sich die Leute innen in ihre Wohnung reinhängen. Also das sind technisch gesehen eigentlich auch Neophyten biologisch gesehen, weil die hätten keine Überlebenschance, wenn wir die nicht in den Blumenpott reinstecken würden und dann darauf aufpassen würden. Also da würde ich sagen, geht keinem was an, mach in deinem Blumenpott, der jetzt auch, gerade in Bayern oder Baden-Württemberg oder so, jetzt ausdrücklich der Verschönerung deiner Fassade dient, bitteschön. Und dann so, wenn es geht, kannst du ja noch Efeu hochwachsen lassen. Dann kannst du in deinem Blumenpott ja machen, was du willst. So, das ist das eine. Und das zweite sind die Neophyten, vor denen neuerdings auch ganz merkwürdigerweise so Umweltorganisationen eher aus dem angloamerikanischen Raum auf einmal mega Panik bekommen, was ihr so kennt, irgendwelche, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was los ist, irgendwelche Krebse, die dann ins Wasser kommen oder diese Pflanzen, die angeblich überall ausgerottet werden müssen, weil die andere Pflanzen stören. Da muss ich als Biologe, der immer die neuesten Studien raussucht, wie schon erwähnt, sagen, vergesst es einfach. Wir haben jetzt nur noch die heißesten, die wärmsten und die trockensten Jahre aller Zeiten, auch wenn es hier in Deutschland jetzt sehr viel geregnet hat in den letzten Monaten. Die Daten dazu sind kristallklar. Es ist absolut nichts mehr zu machen. Das 1,5-Grad-Ziel ist gerissen worden, es ist vorbei. Wir sind jetzt im Moment, also persönliche Bewertung der Daten, sind wir im 3,4- bis 4-Grad-Ziel. Das heißt, das wird alles wegfackeln, zumal wir dieses Jahr 2024 auch noch El Nino haben, wahrscheinlich dieses Jahr noch weiter. Das heißt, dieses Jahr wird das Jahr der absoluten Totalkatastrophen, was die Waldbrände und alles andere angeht. Und deswegen, diese Neophyten, die jetzt im Zuge des Klimawandels aus dem Mittelmeer kommen, die ihr alle schon gesehen habt, also blaue Holzbiene war die erste, dann die Nosferatu-Spinne, habt ihr auch alle gesehen und jetzt seit einem Jahr die Gottesanbeterin, also die drei. Das sind klassische Mittelmeerarten und die werden wir nicht mehr wegkriegen. Dasselbe gilt im Wasser für diese Krebse, dasselbe gilt für diese bösen chinesischen Sträucher und Bäume und so weiter. Das heißt, diese Neophyten, da kannst du eh nichts mehr gegen machen, weil Deutschland wird mit Mittelmeer, sagen wir Klima, Wetter, Temperatur kriegen, plus die krassen Wetterextreme, also dass das so schnell abwechselt mit super viel Wasser und super viel Trockenheit. Also deswegen bin ich da persönlich sehr, sehr, sehr großzügig. Also die Einwanderarten, die wandern sowieso ein. Ich meine jetzt, gerade Gottesanbeterin, Nosferatu-Spinne und Holzbiene findet ja mittlerweile schon jeder schön. Oh ja, die Holzbiene ist extrem beliebt. Ja, ja, ja. Und deswegen würde ich sagen, who cares? Was natürlich biologisch gesehen der Total-Albtraum ist, das ist natürlich der Steingarten im Sinne von Versiegelung durch Steine und dann dazwischen so ein paar schön aussehende Sträucher. Das ist natürlich komplett versiegelte Fläche, die absolut nichts mehr für Insekten und Vögel bietet. Aber ich hoffe, dass in deiner Community oder in allen, die jetzt hören, in eurer Community, das jetzt sowieso kein Thema ist. Also deswegen würde ich nur auf die beiden Neophyten-Gruppen gehen, die ich da genannt habe. Und da kann man auch mal großzügig sein. Also was soll's. Also zum Thema Schottergärten, gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast. Das ist tatsächlich bei uns in der Community eines der wenigen Themen, wie auch Gifteinsatz, die nicht erlaubt sind, wenn ich das so sagen darf, die auch immer zu großen, heftigen Diskussionen führen. Ich freue mich, dass Nordrhein-Westfalen tatsächlich geschafft hat, das auch jetzt mal anzugehen und das Thema auch, ich sage mal, belastbar zu machen, sodass man dagegen etwas unternehmen kann tatsächlich. Mir fällt auch noch was ein. Bitte, bitte, bitte. Ganz kurz nur. Man sollte auch nicht vergessen, heutzutage ist es ja auch eigentlich bekannt, dass das eigentlich blöd ist, so komisch, so bodenbedeckende, heckenartige Sachen zu nehmen, dass sowas so in den 1970er-Jahren kommt, dass man sagt, okay, da ist ein bisschen grün, aber ich will das mega unter Kontrolle haben und möglichst auch keine Spinnen und sowas. Und selbst da wäre ich großzügig. Wenn das jetzt, sagen wir mal, der Nachbarschaft sich verbreitet, dörflich oder auch innerstädtisch in großen Städten oder so und dann sagt jetzt irgendeiner, pass auf, okay, du magst da deine wilden ganzen Pflanzen haben, die ganzen Insekten möchte ich aber nicht so. Aber ich bin bereit, irgendwas heckenartiges zu machen, auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Dann würde ich da auch noch sagen, also gut, solange das etwas ist, wo Vögel noch rein dürfen, die dann, das sieht man ja ab und zu mal Amseln oder Tauben oder sowas, die dann da brüten, also vielleicht jetzt nicht der super eckig geschnittene Buchsbaum oder sowas, aber irgendwas, was wirklich so eine Art Hecke darstellt, die aber dann ab und zu mal einmal im Jahr vielleicht geschnitten wird, dann würde ich dann auch sagen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann hat der eine eher was, wo viele Insekten sind, der andere hat was, wo viele Vögel sind, der Nächste hat was, wo besonders viel Verdunstung ist oder so, also da ist Vielfalt auch okay. Also man muss jetzt nicht sagen, eine bestimmte Gartenform ist die beste, aber wichtig wäre, ist mit den Nachbarn zu reden, weil wie ich schon sagte, wenn die Nachbarn natürlich anfangen, dann Glyphosat über den Zaun zu schmeißen oder über den Balkon, dann hat es überhaupt keinen Sinn mehr, dann ist alles tot. Ja, super, dass du da auch nochmal drauf hingewiesen hast, denn leider gibt es tatsächlich auch immer wieder Menschen, die wollen anderen natürlich sagen, wie sie ihre Gärten zu machen haben, das wollen wir ja auch nicht, aber genauso wie du sagst, es soll Leben im Garten sein, das ist das, was wir wollen und jeder kann ein Stück weit auch, zum Beispiel indem er einen Teich einrichtet oder so, selber entscheiden, welche Art von Leben er haben will, das ist tatsächlich so. Du hast gerade eine Vogelart angesprochen, die mir auch sehr am Herzen liegt, die dir auch sehr am Herzen liegt, das weiß ich aus deinen Instagram-Beiträgen unter anderem, das Thema Taube. Magst du zum Abschluss ganz kurz zum Thema Stadttaube noch ein Statement geben, weil wir leider auch in unserer Community immer wieder erleben, dass es heißt Ratten der Lüfte? Ja, also mit Ratten der Lüfte kann ich sehr gut leben, weil Ratten sind sehr, sehr coole Tiere, also die sind wirklich ganz, 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 ganz interessante Tiere, will ich jetzt nicht darauf eingehen, weil das keine Gartentiere sind, also kann man natürlich auch mal im Garten haben, aber keinen typischen Gartenbewohner so jetzt, mit denen man viel zu tun hat im Garten, aber diese Tauben oder von mir aus gerne auch Ratten der Lüfte, kein Problem, diese Tauben sind deswegen interessant, weil das betrifft jetzt eher Großstadt Bewohner und Bewohnerinnen, das sind die letzten Tiere, mit denen zum Beispiel Kinder überhaupt noch mal die Berührung haben mit was Natürlichem, also insbesondere jetzt Berlin, Köln, München, Hamburg, da ist alles tot, da gibt es natürlich immer irgendwo eine Ecke, wo noch jemand einen schönen Garten hat oder mal ein verwildertes Plätzchen, weil da irgendeine Baustelle ist, um die sich keiner mehr kümmert oder sowas, aber im Großen und Ganzen sind das wirklich komplett tote Städte, es ist völlig verpasst worden, die Fassadenbegrünung, die ich schon angesprochen habe zu machen oder mit Bögen geht es auch, dass man in der Stadt so Metallbögen macht und da was hochwachsen lässt, das war in den 80er, 90ern mal angedacht, ist aber auch nicht zu Ende gemacht worden leider, da hätte man sehr, sehr, sehr viel machen können, das sieht auch ganz toll aus, wunderschön mit den Pflanzen, die da sind und mit dem Schatten, den das spendet und der Feuchtigkeit, der Temperatursenkung und da gehen natürlich dann auch Tauben rein, Stadttauben oder Toteltauben, Türkentauben, Ringeltauben und so weiter und wenn die Kids über, mal lernen, dass das eben Lebewesen sind, die, wo auch immer die herkommen, entfleucht sind oder sich irgendwo eine Ecke gesucht haben, wo sie brüten, dass das gegenüber sind, die man betrachten kann, die sind ja auch sehr zutraulich häufig, die Tauben, weil die ursprünglich, das sind ja Haustiere, das sind ja verwilderte Haustiere oder auch nicht verwilderte Haustiere, also einfach Haustiere, die da obdachlos geworden sind und jetzt im freien Leben und die kommen ja nah und die kann man ja auch im Garten auch füttern und so, jetzt vielleicht nicht gerade am Bahnhof, da ist das keine so eine gute Idee und das erlaubt den Kids überhaupt noch mal den ersten Schritt in Richtung Natur zu machen, weil das, was in den Großstädten noch übrig ist, hat mit Natur überhaupt nichts mehr zu tun. Manchmal kann man auch Glück haben, dass Stare da sind, das ist aber auch in den meisten Städten in Deutschland nicht mehr der Fall. Deswegen sind die Tauben das letzte Einsteigermodell in Natur, auch pflanzliche Natur, weil pflanzlich läuft ja auch nichts mehr in den Großstädten, was es da überhaupt noch gibt und deswegen mag ich die Tiere so, sie gehen auch sehr stark zurück, muss man sagen, das Thema wird sich auch bald erledigt haben mit den Großstadtauben leider, weil viele große Städte, also in der Schweiz und auch in anderen Städten, Limburg ist jetzt gerade eine Riesendiskussion darum, da werden die Tiere jetzt einfach getötet, in der Schweiz ist es sehr, sehr, sehr auffällig, aber ich würde sagen, alle, die einen Garten mögen und jetzt mal in der Großstadt mit Kids zu tun, dann haben die aber keine Tiere mehr sehen, auch keine Rehe mehr. Ich meine, die würden die vielleicht sehen, aber die haben das Auge dafür verloren, dass da auf dem Acker da irgendwo ein paar Rehe sind oder sowas und dann fährt das Auto oder der Zug vorbei und dann sagt man so, hä, habe ich nicht gesehen. Und dann so, ja, okay, klar, wie auch, du hast ja, du kannst ja kein Auge dafür haben, wie denn auch. Und da könnte man das mit den Tauben nachdenken, sagt man, pass mal auf, setze ich auf die Bank, wahrscheinlich kommen wahrscheinlich gleich auch ein paar und die schnorren dann was, vielleicht fällt dir was runter, vielleicht fällt dir auch nichts runter, weil das für die Tauben vielleicht auch nicht so gut ist, da ein Puddingteilchen zu essen, ne, die sind ja, das sind ja eigentlich Körnerfresser. Und deswegen würde ich den Tauben Raum geben. Zum Glück mögen ja, also Ringeltauben und Türken, Tauben und so weiter, die sind ja noch relativ beliebt, auch bei den Gartenbewohnern, also den menschlichen Gartenbewohnern. Aber ich würde die, ich würde die echt fördern und dann kann man auch ruhig Futterstellen für die aufstellen und so. Einfach aus erzieherischen Gründen, echt, weil die, der Vogelschutz war schon immer, also der Naturschutz in Deutschland, der ist ursprünglich Vogelschutz. Deswegen hat der NABU und so weiter, haben die oft auch Vögel im Logo. Störche mag auch jeder und so. Und ganz ehrlich, wenn die Störche verschwinden, wenn die Tauben verschwinden und so, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass das jetzt an der Spitze der Pyramide schon nichts mehr funktioniert. Aber wenn ihr viele Vögel im Garten habt, eben und eben auch Tauben und die dürfen auch ruhig mitfressen bei dem Vogelfutter, die Eichhörnchen auch, dürfen alle mitfressen, dann ist man, dann weiß man, dass in der Pyramide unten alles noch gut läuft. Und deswegen habe ich da wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Herz für die Tauben. Weil wenn, das werdet ihr jetzt erleben in den nächsten Jahren, wenn die jetzt noch verschwinden, dann ist alles darunter auch kaputt. Marc, vielen lieben Dank. Also ich liebe Gartenfreundinnen, Gartenfreunde, ihr hört, man sollte dringend was in den Gärten, auf den Balkonen, auf den Terrassen für die Biodiversität tun. Marc, du hast uns eine wirklich traurige, aber sehr anschauliche Reise durch das Thema Biodiversität in Gärten gemacht. Dafür wirklich ganz, ganz vielen lieben Dank euch, liebe Gartenfreundinnen, Garten, auch vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ihr habt viele Fragen gestellt, ich habe versucht, einige unterzubringen und ja, Marc, vielen lieben Dank und dann sage ich einfach mal, bis bald. Bis bald. Wir schalten jetzt noch auf Insta, hast du gesagt, ne? Genau, wir gehen jetzt rüber zu Insta noch, genau und wenn ihr wollt, kommt da noch mal kurz rüber auf Insta, wir sind Garten, sind wir noch mal drüben. Also, bis dann, macht es gut, tschüss. Tausend Dank, ciao.